Hör endlich auf, den anderen in deinem Leben die Schuld zu geben. Ganz, ganz viele Menschen zeigen mit dem Finger auf andere und sagen, du solltest, du hättest, du müsstest, meine Eltern waren scheiße, dies, das, ananas. Die Wahrheit ist, es gibt keine Schuld. Ich glaube nicht daran, dass es Schuld gibt, sondern es gibt nur Erfahrungen. Und deine Aufgabe ist es, in deiner Innenwelt selber aufzuräumen. Du darfst also aufhören, deinen Eltern irgendwelche Vorwürfe zu machen oder irgendjemand anders, indem du zu 100% die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Denn ich glaube ganz, ganz fest an Seelenverträge, an Seelenpläne und dass wir hier sind, um uns aus dem Unbewussten zum Bewussten zu entwickeln. Und deine Aufgabe ist es einfach, dich zurückzulehnen, die Dinge mal anzunehmen und sie nicht immer verändern zu wollen und schon gar nicht den Fehler im Außen zu suchen, sondern dir die Frage zu stellen, hey, was hat denn das, was ich da außen gerade erlebe, mit mir zu tun? Zum Beispiel hatte ich letztens eine wunderbare Lady, die den ganzen Tag geplabbert hat. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bewegt einen Menschen, der die ganze Zeit, also wirklich von morgens bis abends redet? Und ohne, dass ich irgendwie bewertend sein möchte oder irgendjemandem zu nahe treten möchte, hatte ich das Gefühl, wahrscheinlich aus dem eigenen Erlebten meiner Kindheit heraus, dass diese Person sich noch nicht so wertvoll fühlt. Und auf Nachfragen sind wir dann auch sehr, sehr schnell zum Punkt gekommen, sie fing bitterlich an zu weinen. Wir finden oft den Wert in uns nicht und suchen ihn unbewusst im Außen. Und erst, wenn wir auch mal ruhig sind, wenn wir unsere Gedanken mal zur Ruhe kommen lassen und wirklich mal fühlen, was ist denn in uns, kommen wir ganz bei uns an. Und die Frage, die ich dir stelle, ist, fühlst du dich schon wie ein Diamant? Fühlst du dich schon wertvoll? Und nimmst du dich schon mit all den Facetten, die dich umgeben und die dich ausmachen, an? Bist du dir schon deines Wertes bewusst und weißt schon du, dass du ein Geschenk für die Welt bist? Oder hast du das Gefühl, weniger wert zu sein als die anderen? Nicht gut genug zu sein, nicht schlau genug zu sein, nicht schön genug zu sein und so weiter und so fort. Wenn das der Fall ist, dann solltest du darüber nachdenken, ein Impulsgespräch mit mir zu vereinbaren und dann können wir gemeinsam schauen, welches unserer Programme dich aufs nächste Level bringen kann. Denn ich glaube, dass jeder von uns wertvoll ist und dass jeder seine eigene Geschichte hat und mit seiner Geschichte ein Beispiel ist. Wenn wir uns aber schämen für unsere Geschichte und die Hälfte verschlucken und gar nicht erzählen, dann sind wir unauthentisch. Wir können also Menschen nicht wirklich im Herzen berühren, weil die riechen einfach unbewusst diesen Braten und merken genau, wenn jemand sich verstellt. Du kennst vielleicht diese Menschen, die mein Haus, mein Boot, mein Auto und so weiter und es wird immer mehr Bling, 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 Bling da draußen erzählt. Aber warum muss das jemand machen? Ich glaube, dass oft dahinter ein unerfülltes, kleines Kind steckt, das sich wünscht, gesehen, geliebt und gewertschätzt zu werden. Und die Frage an dich ist, nimmst du dich schon zu 100% an oder geht da noch was? Ich glaube, dass in jedem Menschen noch was geht. Ich selber mache das seit über 20 Jahren. Ich habe mich früher ganz wertlos, klein und hässlich gefühlt. Ich habe ganz viele Menschen auf den Sockel gestellt. Ich habe die angehimmelt von unten nach oben geguckt und habe gedacht, wow, was für ein charismatischer Mann, was für eine charismatische Frau. Und ich wollte genau so sein. Damals habe ich mir noch nicht unbedingt die Gedanken gemacht, wie man dazu wird. Aber da hat mich das so fasziniert, hat meine Seele mich einfach diesen Weg gehen lassen und immer mehr dahin geführt, dass ich alles, was ich mir im Außen wünsche, im Innen, in mir finden kann. Und wenn du dir deines Wertes bewusst bist im Innen und du weißt, dass du wertvoll bist, dann wird sich das auch auf der Bühne deines Lebens zeigen. Denn ich glaube, wir sind wie so ein Radiosender, also dass du es einfach verstehst. Radiosender oder wie so ein Kopiergerät. Das, was wir quasi denken, das sehen wir als Kopie im Leben. Und wenn dir die Kopie im Leben oder der Film nicht gefällt, dann geh einfach nach innen, ändere quasi den Sender oder die Frequenz, die du nach außen strahlst, wohl wissend, dass wir alle in den universellen Gesetzmäßigkeiten verhaftet sind und sich niemand daraus lösen kann. Das, was es in mir denkt, das sehe ich quasi als Kopie im Leben. Und das, was ich aussende, das ziehe ich auch an. Also schau, dass du dich annimmst, so wie du bist, zu 100 Prozent, mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern, nimm all das an, was dich ausmacht, deine Schatten und deine lichtvollen Seiten, denn nur dann bist du ganz, dann bist du authentisch, dann bist du ein Leuchtturm für die Welt, wo Menschen entscheiden können, will ich oder will ich nicht. In jedem Falle darfst du es dir wert sein, du selbst zu sein, um dann einfach da zu sein für die, die genau dich suchen. In diesem Sinne, danke, dass du wieder hier warst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Also like gerne oder schau dich um auf unserer Internetseite www.steffi-christian.com. Also like gerne oder schau dich um auf unserer Internetseite www.steffi-christian.com.